Servus liebe Trader, die Inflation nähert sich in den USA langsam aber doch dem 2% Ziel, die FED hat wieder die richtigen Worte gefunden, die Märkte reagieren bullisch auf die Nachricht, dass es im nächsten Jahr bis zu drei Zinssenkungen geben könnte und gerade in diesen bullischen Marktphasen sollten nur noch wieder die sogenannten High-Beta-Stocks im Blick behalten werden, die eben stärker steigen können als die ohnehin bullischen Indizes. Eine gute Screening-Möglichkeit, um solche Aktien zu finden, ist unser führendes Screener-Tool Aktien-Rankings. Dieses kann mit dem Morningstar-Datenpaket-Add-on genutzt werden. Alle Informationen gibt es auf rankings.traderfox.com und ich zeige euch jetzt einfach mal, welche Kandidaten hier gerade einen guten Eindruck machen. Ich logge mich hier einfach ein und kann dann hier über der Spalte Templates Vorlagen nutzen zu verschiedenen Trading- und Investmentstrategien, wie auch der High-Beta-Stocks-Strategie nach Daniel Sanger. Hier wird sie nochmal ausführlich erklärt. Wer war Daniel Sanger? Welche Faktoren werden auch hier berücksichtigt? Und ein hoher Beta-Faktor sagt jetzt einfach nichts anderes aus, als mit einem Wert von 1,5 zum Beispiel, dass Einzelwerte mit einem solchen Wert eine Bewegung des Marktes um den Faktor 1,5 mitmachen. Das heißt, ein Beta-Faktor von 2 heißt dann im Prinzip, dass eine Aktie bei der Kursperformance doppelt so stark zulegen kann wie der Markt. Ja, gleichzeitig wird vorausgesetzt, dass nur Aktien mit der höchsten relativen Stärke, also die obersten 30% berücksichtigt werden auf Sicht der letzten 100 Handelstage. Wir haben somit auch schon die stärksten Aktien mit einem Outperformance am Schirm. Und dann wird eben gerankt, es wird eine Rangliste erstellt, wobei der Beta-Faktor eine Gewichtung von 60% erhält. Je höher, desto besser. Und die restliche Gewichtung kommt dann auch dem Handelsvolumen zugute. Das heißt, dass vor allem kurzfristig in den letzten 13 und 14 Handelstagen mehr Kaufinteresse der Investoren verzeichnet wurde. Ich lade das Template einfach mal, alles befüllt sich ganz automatisch. Ich führe ein Screening durch und dann sehen wir zum Beispiel sofort Aktien, viele Titel, die schon kurzfristig überhitzt sind, aber auch viele Kandidaten, die jetzt gerade erst den Breakout aus der Konsolidierung starten. Wir sehen da zum Beispiel eine Snowflake, die jetzt nach oben rauszieht, nach besser als erwarteten Quartalszahlen. Eine Duolingo macht einen sehr guten Eindruck, ist ja die weltweit führende Sprachlern-App. Hier gab es nach den Zahlen einen schönen Pivotal-Newspoint, jetzt eine mehrwöchige Konsolidierung. Die Aktie zieht jetzt eben gerade wieder an. Und gerade diese Aktie mit einem hohen Beta-Faktor, der jetzt hier zum Beispiel bei Duolingo 1,7 beträgt, kann sich diese Aufwärtsbewegung noch mal kurzfristig oft beschleunigen. Das heißt, man hat da gute Chancen auf Hit-and-Run-Trades, einfach eine Position öffnen und dann in kurzer Zeit von Kursanstiegen profitieren. Daniel Sanger war auch sehr konsequent. Wenn der Trade nicht wie gewünscht gelaufen ist, hat er die Position auch rasch wieder geschlossen. Ähnlich machen das andere erfolgreiche Trendfolgetrader wie Mark Minavini zum Beispiel, William O'Neill. Aber sie tendieren auch dazu, Gewinne laufen zu lassen. Und da eignen sich im bullischen Marktphasen diese High-Beta-Stocks sehr gut dafür. Duolingo zum Beispiel möchte ja nicht nur Menschen rund um den Globus das Sprachenlernen erleichtern und setzt da zunehmend auf künstliche Intelligenz. Man hat da zuletzt wieder verkündet, dass man täglich über 24 Millionen Nutzer erreichen kann. Das sind 63 Prozent mehr als noch im Vorjahresquartal. Und jetzt kommen eben neue Angebote hinzu. Mathematik lernen wird erleichtert, Musik lernen. Man kann auch sehr geschickt Marketing betreiben und hat vor allem im letzten Quartal auch mit einem Nettogewinn von 6 Cent je Aktie im Plus überrascht, während der Analysten-Konsens noch von einem Verlust von 2 Cent ausgegangen ist. Was ich sonst noch verstärkt im Blick habe hier gerade, wo es auch schöne Breakouts gibt, KLA Tanker, LAM Research, Applied Materials. Überall dort ziehen diese Chip-Ausrüstungsfirmen auf neue Hochs. Und gerade Applied Materials wurde jetzt von der Deutschen Bank und TD Cohen als Best Idea für 2024 oder auch als Favorit hervorgehoben. Die Nachfrage in China, wo man im letzten Jahr 27 Prozent der Erlöse generiert hat und wo es jetzt auch Ermittlungen gibt, weil gegen Exportbeschränkungen verstoßen sein worden soll. Da soll die Nachfrage robust bleiben, viel soll schon eingepreist sein. Und vor allem KI-Chips sorgen auch hier für neue Investitionen in Halbleiterfabriken. Das heißt, dieser sogenannte Waferfab-Equipment-Markt, dieser WFE-Markt, der soll sich auch in den nächsten Jahren weiter erholen können. Und da ist Applied Materials als einer der weltweit führenden Chip-Ausrüster ganz vorne auch mit dabei. Ihr seht schon, es gibt gerade einige spannende Kandidaten, die man mit diesem Screening sehr gut finden kann. 69 Titel scheinen auf dieser Rangliste aktuell auf, erfüllen also diese erwähnten Kriterien. Ihr könnt euch das Ganze auch über TraderFox Paper als PDF-Datei täglich aktualisiert zuschicken lassen. Auch das ist beim Morningstar-Datenpaket-Abo dabei. Ganz unten findet ihr hier die sogenannten Sky-Rocketing-Stocks. Das ist genau diese Anlagestrategie, High Beta nach Daniel Sanger. Und da könnt ihr einfach eure E-Mail-Adresse eingeben, speichern klicken und schon bekommt ihr diese PDF jeden Tag um 8 Uhr zugeschickt. Wie gesagt, alle Infos auf Rankings.TraderFox.com oder optional auf unserer Startseite auf TraderFox.com. Da ist nochmal der gesamte Produktumfang des Abos aufgelistet. Einige passende Anleitungsvideos verlinke ich euch wie immer in der Videobeschreibung. In diesem Sinne wünsche ich euch dann viel Spaß beim Screenen und viel Erfolg mit euren Trades. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.